Hallo und herzlich Willkommen zu Red Dead Redemption 2 und aus irgendeinem unerfindlichen Grund erlaubt mir das Spiel nicht zu speichern, weshalb ich jetzt, obwohl ich Kohldampf habe, nochmal einen weiter zocken muss. Ich glaube wir sollen hier vorne rein, oder? Komm Arthur, geh mal gucken, was da Phase ist. Weiß ich nicht. Kannst mir helfen? Ich geh da oben, mal gucken. Keine Probleme jetzt bitte. Kann ich dir nicht versprechen. Geh weg von mir! Ich bekomme, was ich für bezahlt habe. Hey, wo bist du? Ein Freund von ihr. Geh raus, Junge, ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt, dass du sie nicht bezahlt hast, du verdammte Wanderer. Komm her! Wie geht das denn noch? Junge. Was machst du hier? Ich versuche ihn zu spielen, aber nicht sehr gut. Du bist okay? Okay. Okay. Du bist so? Ja. Nichts. Nichts, nichts zu beschäftigen. Juste ich und ich, aber... ein Spiegelbild. Ein Spiegelbild? 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 Ich werde weiter probieren. Ich werde. Ich hoffe, dass alles gut ist da oben? Alles gut. Ich glaube, der atmet noch. Nach dir. Danke, Arthur. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Aber wenn ich muss. Ich verstehe. Du bist okay? Natürlich. Er hat mich nur gebeten. Arthur gebeten Tim. Ja. Okay, dann. Hey! Wer ist dieser Mann da da? Wir schauen uns an? Werenst du in Blackwater ein paar Wochen zurück? Ich? Nein, Herr. Ich bin nicht von dort. Oh, du warst. Ich habe definitiv gesehen. Mit ein paar Kollegen. Ich? Nein. Es ist möglich. Hör, Junge. Komm her für einen Moment. Ich habe dich. Komm her! Komm her! Komm her! Ich mag das nicht. Ich auch nicht. Geh die Mädchen nach Hause. Ich werde ein Wort mit unserem Freund haben. Sei vorsichtig, Arthur. Nur ein Wort. Ja! Du besser gehst weg! Das ist meine Hände! Ich habe ihn! Du bleibst weg! Du bleibst weg! Geh zurück hier! Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Der Typ! Oh, oh, oh! Da unten, der? Nein, nicht. Sollen wir ihm helfen? Bitte! Schade etwas! Warum redest du mir lies? Nein, nein. Ich habe das falsch, Vater. Ich habe das falsch. Bitte helfen mir zu. Ich habe nie noch nie in Blackwater. Dann warum ich mich binden? Ich habe ein Gesicht schrecklich. Ja, ja, ich auch. Jetzt bitte, hol mich auf. Bitte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin sorry. Samurai, nee, da kann man auch mal ein bisschen eskalieren, oder? Feine Gesellschaft nach Valentine Art. Auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten für die Bande überzeugen. Karen Tilli und Mary Beth, Arthur und Anke, sie mit nach Valentine zu nehmen. Ja, ist gut. Ja, komm. Geben wir dich mal wieder ab. Wie geht denn das? Kann ich den ja irgendwo auf... Nee. Ja, ist gut. Eine Möhre. Ich hätte gerne Karte. So. Aufführung. Was ist das? Gemischtwaren, Barbier, Arzt, Kopfgeldjagd. Komm. Wie geht's? Hey! Mein Barsch! Ja, hier. Woh! Ich bin so glücklich zu sehen! Hier ist dein Barsch, Freund. Oho, du warst wirklich einfach nur das Bord. Ich empfehle es. Komm schon, gib einem Mann einen Nickel. Gib mir einen Diener. Hier wird alles grau. Der Sheriff. Ich glaube, ich glaube, sollte ich noch nicht tun. Ach du, der ist hier drin. Im Saloon. Alter Schwere. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Genau, er ist eine Frau mit einer Frau. Das ist so, Arthur. Was auch immer du sagen, wie viel du kostest? Das ist eine gute Art, zu sprechen mit einer Frau? Oh, ich wusste nicht, dass ich eine Frau mit einer Frau gesprochen habe. Entschuldigung. Na, ich muss sagen, wir haben eine gute Weg mit den Frauen, amigo. Ja, ein Dandy normaler und ein Charmer. Wo ist Bill? Oh, Mann. Ich versuche mir zu denken. Hey, hey, hey. Da ist er. Hey, schau mal wo du gehst! Hey, du bist zu spüren? Oh, und wir haben ein Blitzer. Komm her, du. Komm her, du. Ich schaue dich schnell. Oh, komm. Wir können diese Probleme. Wir können diese Probleme. Du gehst. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, Tam! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Du hast immer einen großen Fehler gemacht! Noch einen? Schlägerbesinnen. Komm her! So, wer will ihr? Ihr? Komm her! Komm her! Komm her! So, wer will ihr jetzt mitmachen? fears ein bisschen! Komm her! Wollt sie! Wir haben safe! Wir unterstützen euch hier! Geh, Javier! Hey, Tuffke! Du willst was zu tun? Komm schon, schöner Junge. Schöne Junge? Du schaust mich. Schöne Junge? Schau seine Kopf! Ich sagte, das wäre Spaß, nicht wahr? Wie geht's mit dem Bounce? Du okay, Arthur? Ja, ich hab diesen, sonnabin. Alter! Du hast ihn, Arthur! Ich hab diesen Gesicht, Tomic! Komm schon, Arthur! Du hast einen Drink, Schwäte! Okay! Ich hoffe, du hast ihn. Ich hoffe, du hast ihn. Ja! Du kaltest das Seabbrain, Morgan! Komm schon! Ich hab ihn. 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 Komm schon! Er wüscht mich immer! Hau ihn jetzt kaputt hier, blöde So... Das ist schön mit dem Elbogen. Schau, wer haben wir gefunden? Josiah Trelawney. Das gleiche. Na gut. Ich dachte, du ging nach New York. Und all diese Glamour. Du musst du schocken. Wie bist du? Na gut. Ich bin in Blackwater, zu suchen dich. Du bist nicht sehr populär da. Ah, Javier und Charles. Ich erinnere dich. Und Bill sieht so gut wie es kann. Herr, immer ein Wunsch. Du bist richtig. Wir sind nicht zu populär in Blackwater. Wir haben viel Geld da. Und Sean, es scheint. Sean. Du hast ihn gefunden. Ja, ich habe. Er wird von einigen Bounty-Hunter. Er versucht zu sehen, wie viel Geld die Regierung ihnen bett. Ich weiß, er ist in Blackwater. Aber es geht um sie zu gehen. Wenn wir mit dem Blackwater... Wenn wir mit dem Blackwater... Ah. Pfff. Na gut. Na gut. Na gut. Es gibt Pinkertons überall. Aber wenn er vivo ist, müssen wir versuchen. Ja, natürlich. Es ist du, sie wollen, Dutch. Es ist immer so. Charles. Bills. Go find out what you can. Carefully. Josiah. Take Javier. Arthur. Go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh Bill. Come on. Abgeschlossen. Die Muße eines Amerikaners. Jut. Im Lager sind mehrere Missionen verfügbar. Sie werden mit dem Symbol bla 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 auf der Karte angezeigt. Okay. Watt ist das da für Fragezeichen? Watt ist das da für Fragezeichen? Ja, ey. Ein Büchsenmacher hier, oder was? Du weißt, den Shop? Oh, warte. Du weißt, du bist der Mann mit Tommy in der Smithfield? Ja. Die Leute immer mit dem Kampf sprechen. Ich weiß. Oh, das ist gut. Jetzt gibt es Tommy. Wie kann ich dir helfen heute? Haha. Bestimmt dumm. Aber egal. Oh, Perlmuttgriff. Klar zum Gefecht. Trophäe erhalten. Dekoration. Ich habe aber nur noch einen Dollar. Was kostet das? 15er. Kann ich mir nicht leisten. Schade. Egal. Hauptsache funktioniert. Alles gut. Dank dir. Ja. All the trouble in Valentine. You'll be back. No doubt. Nobody got a heart. You won't believe it. Sand deal damn near. Nah. Valentine. Good God. All right. Fine. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Hallo. Striegeln. Striegeln. Striegeln kann ich nicht. Aber füttern kann ich. Ja, was machen wir denn nun? So. Ein Schlachter. Hier, da ist fettet Fragezeichen. Fremde Person. Saloon. Five Finger Fillet. Eine Prüfung für die Nerven. Die bei der die Spieler eine Reihe von Messerstichen zwischen die ausgestreckten Finger der Hand ausführen müssen. In der klassischen Variante hast du fünf Leben. Alles klar. Komm. Kein Bock zu laufen. Wieso ist hier alles grau? Wieso ist hier alles grau? Wieso ist hier alles grau? Was wirklich passiert ist, dass die Sowjetunion in der 70s sind. Es ist nur ein paar Bunker, Plato. Es ist nur ein paar Bunker. Es ist nicht Bunker, Herr Calloway, Sir. Es ist historisch. Wer ist dein Freund da? Ha! Das in dein Buch, Plato. Das ist Jim Boy Calloway. THE Jim Boy Calloway. Wer? Der Schleger. Der Schleger der Schleger der Schlegerhörst. Der Schleger der Schleger an der Schlegerhörst. Der Schlegerhörst. Der Schleger der Schlegerhörst. Das ist nicht die Worte. Der Schleger. Der Schleger ist auch nicht. Das ist nicht der Schlegerhörst. Der Schleger. Ich wollte ihn ernten. Er ist ein Gott. Ich versuche, ihn zu schreiben. Wie ist das? Ich denke, der Entferne ist. Ich würde ihn zu lassen und sein, die zuerst Bultimoruner zu sein. Oder er würde mich zu lassen, und ich werde never zu sprechen mit ihm wiederkommen. Du bist zu verstehen, etwas sehr wichtiges. Was ist das? Die Gäste des Gunslingers. Es ist win-win, Freiheit oder Glück. Das ist großartig. Ich werde das schreiben, wenn ich das kann. Es ist mein Geist. Was ist dein Name? Ich habe keine Namen. Aber du bist ein Gunslinger. Nicht wirklich. Ich meine, die Leute, die in der Tür brauchen, ich versuche in der Tür. All diese anderen Sachen, es ist, äh... Bunk. Aber du hast duels. Einmal ein Mal, ich habe. Und du bist nicht interessiert? Ich glaube nicht. Wunderschön. Aber du möchtest fortune. Ich brauche Geld, sicher. Okay. Entschuldigung, Herr, wenn ich ein bisschen schrecklich bin. Ich bin ein bisschen schrecklich. Dieses Buch... Ich muss es machen. Und... Es gibt eine ganze Liste von Gunfightern. Legendern. Alle letzte. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask him about Calloway. Any of them get uppity... Shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some... Sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest. And then, if they get uppity... Shoot him? It does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? A lot. Half the proceeds of the book. If you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh! Get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to them. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other Flophouse. Maybelle Elizabeth Coulter. Die Grand Dame unter den Revolverheldinnen. Die Dynamit Witwe. Sechs Mal verheiratet. Alle ihre Männer waren Spieler, Räuber, Gesetzlose. Nie geschieden. Trägt ihre Witwen Tracht. Einziges überlebendes Mitglied der Coulter Tobin-Bande. Gesetzlose seit Raubüberfall in Rhodes. Hohes privates Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Tod oder lebendig. Zuletzt gesehen nahe Blue Water Marsch. Sollte mich fernhalten. Zu gefährlich für einen einfachen Biografen. BB. Warte. BB. Wo ist BB? Aha. Ich habe ja nur kein BB. Ach da. Das ist ein bisschen weit weg. Das ist ein bisschen weit weg. Okay. Was ist denn noch hier? Black Bell. Billy Midnight. Geboren William Schnell. Der Mann, der Rabbit Matthews tötete. Kaum Informationen über Midnight vor obrigen Mord. War vermutlich Matthews Flintenreiniger und Stallbursche. Kannte Galloway. Er langte über Nacht nationale Berühmtheit. Vortragsreisen. Danach Nachstellungen von St. Louis bis St. Dennis, St. Frank etc. Er hielt Morddrohungen und war Ziel von Attentaten. Lebt jetzt zurückgezogen auf der regelmäßige Besuche im Bahnhof von Rhodes. Mhm. Mhm. Uhum. Der Schrecken der Guerillas. Grizzlies. Gesucht in acht Staaten. Mitglied einer Bande aus mindestens zehn eiskalten Mördern. Stimmt das? Überfälle in Annisburg, Valentine, Strawberry und Umgebung. Zeitung berichtet. Versteckt W. von Coulter tief in den Grizzly Mountains. Wahrscheinlich zu keinem Gespräch bereit. Vorsicht ist geboten. Wer haben wir dann hier noch? Emmett Granger. Perverser Mörder. Schweineliebhaber. 1882. Beaver Rock. Massaker. Gemeldete Sichtung. 1886. Verschwinden der Familie Lightlaw. Vermeintliche Beteiligung. 1890. Die Chaparral Morde. Verdächtiger. 1894. Verhaftung der Fossebande. Zeuge. 1895. Begnadigung. Warum? Derzeit Schweinezüchter in der Nähe des Flat Iron Lake. Gespräch verweigert. Okay. Geht die Sonne unter? Keine Ahnung. Ach, da bist du ja. So. Ja, hier ist nix mehr, ne? Postkutsche. Okay. Salon. Wieso ist denn dein Schlossfahrer? Ich war doch gerade da drin. Ah. Wen kümmert's? Wer ist er? Swanson. Und das hier? Emmett Granger. Okay. Okay. Kieran. Versuche von Kieran Informationen über die Odysseus zu sammeln. Alles klar. Machen wir das. Der Kinomodus ist echt cool. Reite mit ihm durch Wasser, um es zu säubern. Weil Striegeln ist irgendwie nicht, nicht gegeben. Du hast deinen Hut verloren. Stimmt. Warte mal. Optionale Mission. Warte. Halt mal an. Halt doch mal an. Halt an. Optionale Mission. Wo ist sie? Da. Eine Kopfgeldjagd. Oder? Ach, komm. Edwitt, Edwitt spät. Vor allem, ich hab, ich hab keinen Hut mehr. Da, bitte Hüte, ne? Das ist... Vor allem, vielleicht finden wir einen Bach, wo ich hier Kacke mal durchjagen kann. Hauptsache, er hat erstmal die Waffe aufgewertet. Hier rennt ziemlich viel Wild rum. Dann muss ich das irgendwie... Oder sollte ich das für die Bande da mal ein bisschen dezimieren? Vorräte rot. Munition rot. Lagerkasse 64 Dollar. Tja. Wer bist denn du? Bist du das englische Vollblut? Ja, keine Ahnung, wer du bist. Ich kann ja auch nicht. Na, ist gut. Ist gut. Ich lass dich. Ich lass dich in Frieden. Verärgern? Kannst du. Geh, geh. 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 Ich habe gesagt, 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 ich weiß nichts, okay, ich habe keine Freunde von mir, ich habe nur mit ihnen gefahren, ich habe nur mit ihnen gefahren. Hörst du, wir haben das gehört gehört, also sagen wir die Wahrheit, das ist das, was du möchtest, was ich tun? Hörst du ihn, also die nächsten Mal eröffnet sein, ist es zu erzählen, was passiert ist! Wer bin ich schuldig? Einige von O'Driskels nicht eröffnet sein, aber er würde sagen eine Liebe. All right, screw it, let's just have some fun, huh? Geld here. Oh, yeah! What's he doing, where's he going? Oh, don't worry, you're only balls, boy, just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. Oh, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas all. Okay, okay, listen. I know where old Driscoll is holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. Oh. I'll take you there. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. None taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? Uh, we're up into the hills, behind Valentine. Well, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. Gonna pay your buddies our respects. He taking us to Colm? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. Alright, I'll leave. Sharon's saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan, you got throwing knives in your saddlebag. Doug said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere. Hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. How are you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, alright. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see old Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Well, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young fella. Right at the forefront of them. I swear. I promise. I am taking you to comb as best as I can. You'll see. I'll make good. R1X. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We got to climb, boys. You know, you all ain't that different from the old Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks and, uh... You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the old Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an old Driscoll, old Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colum's a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colum O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was... Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Oh! We're going in quiet. Taking them out as we find them. Try not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay by me. With you, Morgan. Alright then. Through the trees here. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You're gonna get them knives. I said easy. Follow me, alright? It ain't far. We might have shared a horse. Right, it's not long, eh? We ain't friends. Remember, I'm watching you. Every. Moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Come on. Okay. Get down. The cabin's in the cleaner now and there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Where are your strangers? Yep. In Colomodrisco? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, uh, who's gonna tell them we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell them yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Mm, yeah, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. He's yours, Williamson. Okay. I got him. Hush. Hush now. Now stay here. Don't you damn move. He has some water, Mensch. He has some water. He's. He's. He has some water. He has some water. He has some water. I don't think so. He's holding the water. da gut dann können sie da auch bis zur nächsten folge warten ich bedanke mich fürs zusehen aber ich habe jetzt echt kohldampf und ich muss verkauen von daher ich wünsche euch was bei